Dynamo Dresden gewinnt gegen Paderborn, Paderborn ist zu 100% in der Redegation, was schon mal sehr gut ist, aber ob sie direkt aufgestiegen sind oder nicht, das entscheidet sich bei Union, Union ist noch nicht vorbei, das kann ich noch nicht sagen, Union steht gerade 2-2, ich kann noch nicht sagen ob Paderborn aufgestiegen ist, aber ich vermute mal ja. Also dass Paderborn aufgestiegen ist, ich vermute Union schafft das leider nicht, aber darüber reden wir dann in Union, Dynamo verabschiedet sich mit der Liga 2 Saison, war eine solide Saison für Dresden, sie waren zwar in Abstiegsrennen, aber jetzt nicht so extrem bedingt in Abstiegsrennen und es lief gut eigentlich, es lief sehr gut, fand ich für Dresden. Ich habe Dresden viel höher geschätzt, aber das sehen wir wann anders, ja Paderborn, Glückwunsch an euch in Liga 1, auch wenn ihr in die Rede müsst, ich freue mich.